Willkommen zurück zu Spyro. Ach, zu Spyro sag ich schon. Zu Hercules. Das erste Mal, dass wir ein Passwort eingeben können. Und zwar, da müssen wir eingeben die Medusa. Ach, die Musik. Schön. Das ist der Krieger. Nein, das ist nicht der Krieger, den ich meine. Das war der Krieger. Ähm, das ist der Zentaur. Zentaur. Den Blitz hatten wir noch gar nicht als Symbol. Und das ist Pegasus. Das ist eigentlich richtig. Ähm. Oh, ein Gewinner. Nämlich schön. Auch die Disney Musik, also die Musik in den Disney Spielen, die sind immer super gewesen. Disney Filme, Disney Spiele. Die ganze visuelle, künstliche Umgebung und die Musik. Einfach super. Super. Ganz toll gemacht. Da wäre, glaube ich, eine Herkulade gewesen. War das schon Hades? Nee. Ach, den kann ich ja auch nicht ausweichen. Stimmt. Äh, doch. Ich kann den ausweichen. Ich wollte sagen, ich kann sie nicht bekämpfen. Wir sind nicht ohne diese Level. Ich bin wieder etwas stiller. Ich glaube, die Geister tun uns gar nichts, die hier so angeflogen kommen, oder? Ich meine, nicht, dass ich da irgendwas gegen hätte. Heißt dieses Symbol, dass wir genug Vasen haben? Ach, dieses Symbol, dieses Geräusch, dieses... Oh, ich dachte schon, wir hätten die dunkle Stelle genommen. Auf jeden Fall haben wir einen Pack-Joint. Oh, oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Ich finde das Wasser geil, wie das da so hoch spritzt, während der Absäufel. Äh, da war ich... Aber man darf nicht zu sehr bremsen an diesen Stellen. So, vier Vasen müsste ich haben, wenn ich richtig mitgezählt habe. Boah, geil. Ey, das mit den Schädeln hier ist voll geil. Ihr seid... Boah, Leute. Ja, ihr seid... Boah, Leute. Falls ihr das noch nicht wusstet. Wusstest. Scheiße, habe ich gerade nicht bekommen. Stein. Stein. Weiter. Schädel. Schön, 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 schön. Herkulade. Genau. Drüber. 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 Weg. Weg. Durch die Mütze, durch, durch die Mütze, durch. Mit den Viechern, das geht sogar einigermaßen. Weg, 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 weg. So. Konzentration, Konzentration. Dave. Ich feuer mich eigentlich nicht selber an, aber gerade tu ich's. Warum? Weil ich's kann. Ja, den hättest du mir auch noch gönnen können. Boah, mein Finger tun weh, mein Finger tun weh. Boah, Leute. Das ist ein Satz, was ich hier zeige für euch. Alles in einem Rutsch durch. Mein Finger schmerzen. Ah, das E. Ah, schade. Sehr riskant, was ich hier gerade mache. Ich weiß. Doba. Drüber. Kette geben. Herkulade. Scheiße. Ich darf da nicht her. Scheiße. Jetzt gleich rechts. Das Klang in der Kombination mit der Stelle, Konzentration, ist echt geil. Hier muss ich echt Kette geben bei den Dingern, sonst wird das nix. Das ist okay, das krieg ich hin. Dann wenigstens die Herkulade. Auch nicht. Scheiße. Weg, 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 weg. Oh, ey, das war fies. Schneeell. Meine Finger. Meine Finger. Meine Finger tun weh. Ich muss sagen, das gefällt mir als Let's Play Projekt bisher richtig gut. Auch mit allen Höhen und Tiefen. Aber vor allem, es ist richtig Einsatz hier. Den ich mir selber verlange auch. Aber wie gesagt, das mache ich es nun mal so. Die Herkulade brauche ich unbedingt. Auch wenn sie danach, kurz danach, eigentlich sofort auch wieder weg ist. Scheiße. Aber ich glaube, ich habe genug von denen. Ich habe doch Zeus jetzt befreit. Warum kriege ich denn da kein Continue? Was kommt denn, wenn ich auf Spielladen gehe? Egal. Ja, jetzt halt. Komm, Mac. Lass mich mal eben machen hier. Lass den Papa mal machen. Komm. Noch einen rüber. Das ist richtig sogar. Obwohl, das ist alles noch. Das brauche ich ja gar nichts einstellen. Das sieht aber ganz danach aus, als wenn es der vorletzte Level wäre. Boah, ich muss mal hier meine Finger, ey. Ach, scheiße. Wir haben jetzt 23.05 Uhr und ich habe, glaube ich, um 19 Uhr oder so angefangen. Dann kommt das hin. Ich weiß es nicht. Eine Actionfigur. Action. Action ist gut. Action, yeah. Hier fliegen so viele Sachen rum, die uns eigentlich gar nichts tun. Das ist immer nur so ein bisschen Vorwand. Und dass ich da auch nicht drüber springen kann. Das ist auch ein bisschen blöd. Das hätten wir uns auch schön machen können. Ein bisschen fairer zumindest. Ich bin mal wieder stiller. Ich bin mal wieder stiller. ist das nicht toll. Bisschen dunkel hier, aber kann ich alles haben. Schimpfkette geben, jetzt gehen wir mal rechts. Vielleicht ist das besser, ich weiß es nicht. Ne ist es nicht, da hinten hat man eine Herkulade an der Stelle. Obwohl da hinten kommt einer, gut. Scheiße. Scheiße. Gut, dass die uns nichts tun, ey. Jo, schön hervorgewimpsed. Da ist ein Buchstabe. Eigentlich müsste man ja, egal welchen Weg man geht, jeweils die Möglichkeit haben zu kriegen und die Buchstaben alle, weil sonst wäre es ja echt ein bisschen unfair. So, die Skelettiger, die machen mir eigentlich nicht so eine Sorge. Scheiße. Da war das U, ja. Das ist nicht so yeah, aber gut. Hermes. Gut. Ja, danke. Scheiß Kugel. Ja, hallo. Ist okay. Übertreibs mal nicht. Kommen die immer so in Slalomform runter, egal. Scheiße. Scheiße. Geh weiter. Oh nein. Scheiße. Ah. Ah. Ah, rüber. Schwierig, ey. Folge ist vorbei, bis zum nächsten Mal.